ich habe ihn nicht erwischt bei den hier zu kriegen ist auch glaube ich schwierig letztlich ist das hier und nein den boss bekämpfen wir heute noch nicht bitte ja da ist ein Drachy da rüber we are not fighting the dragon today or at least I'm very unsure if I should do that das war's mit dem wolf es liegt hier drunter steine echt nur steine achso weil der okay this might be a very bad idea but I don't care there we go preparing everything so das hätte ich ja gerne weg aber gut ich will hier keine tür haben obwohl kann man ja einbauen kein ding äh da 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 nee genau und dann noch mal da oben noch ein bisschen band doch die sitzen aus okay so sieht es aus dann brauchen wir ein lagerfeuer dass wir hier nicht hinbauen können jetzt können wir dürfte ja gut gelüftet seien hier kein problem dann wie hatte ich das ding genannt achi hatte ich es genannt so nachi steht und ich bin gerade noch sehr verunsichert darüber ob ich jetzt hier nun karren hinstellen soll oder nicht weil irgendwie hier in karren runter kriegen oh gott wird ein krampf ich glaube da müsste man wirklich dann halt das silber in kleinen grüppchen unter tragen betreu dem motto dann ist das halt so weil da möchte ich mich echt nicht mit dem karren quillen so wir haben sie zusammen gefunden das ist cool alle berliner retro gamer na wie geht's hat macht die kunst so haben wir ein paar schätzchen wir haben ein bisschen fleisch wir haben wieder ein klitzekleines bisschen ihr wisst schon und nehmen frost schutz trauen brauche ich nicht mehr da bin ich jetzt fertig statt habe ich ja jetzt hier das schluss aussieht cool finde ich gut nicht gut dass ich das nicht mehr brauche endlich feierabend auch sehr schön Und jetzt gibt es erstmal ein Käffchen. Sehr cool. Dann genieß deinen Kaffee und erhol dich schön und dann kannst du dich hier gerne bei uns ein bisschen entspannen. Wir sind mehr oder minder in der Nähe der Drachenmutter. Ich weiß nur noch nicht, ob ich sie heute schon haben will oder nicht. Mal gucken. Vielleicht sollte ich mir noch ein paar Obsidian-Pfeile herstellen. Wir haben ja genug Obsidian, wir haben auch genug Federn. Ich denke mal, da kommt... Apropos. Mal gucken. Vielleicht kriege ich hier sogar noch den Bogen auf die dritte Stufe wenigstens, dass wir da noch ein bisschen mehr Durchschlagskraft haben. Nächste Woche habe ich Urlaub und wenn alles klappt, gibt es dann bei mir auch eine ordentliche Packung Wahlheim. Uh, nice. Genau. Also für alle Leute, die den Berliner Retro-Gamer noch nicht kennen, der streamt auch. Dann machen wir doch mal gleich hier so ein Shoutout. Ja. So, ob ich die Steine brauche, weiß ich noch nicht. Wir müssen ja dann auch erst mal... Wir werden so viel Zeug noch brauchen, ne? Alleine, um halt die Rüstung auch noch aufzuwerten. Oh, springt ein 44. Sehr cool. Mal gucken, wie lange das hält. Ah, ich wollte doch... Ich wollte noch... Ich wollte ja noch Pfeiler herstellen. Dann kommt mal her. Und dann kommt mal her. Kann ich das hier... Nö. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Oh. Stimmt, ich hatte das ganze Holz ja jetzt in den Dekol weitergeschmissen. Äh, kann man machen? Sollte man hin und wieder auch. Aber wenn man Pfeile machen will, ist das irgendwie ein bisschen unnütz. Äh, beziehungsweise ungünstig. Unnütz ist es nie. In der Zwischenzeit warten wir schön die Dämmerung ab. Hm. Mach ich noch mehr? Ich glaube, das reicht erst mal. Pfeile immer gut. Wir haben 20 Silber. Das heißt, ich könnte mir den hier nochmal äh, ähm, um eins erhöhen. So, Schwenkülle über Urhalte Ringe. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir sowas von hin. Hopp, hopp. So, alles eingetüdelt. Und eigentlich wirklich, ich müsste mir viel mehr Zeit nehmen für die Base. Um sie mal ein bisschen wieder auf Vordermann zu bringen. Weil im Moment sieht alles wieder mal ein bisschen sehr kraut und rübig aus. Aber ne. So richtig Bock habe ich gerade nicht. Keine Muße gerade. Ich müsste aber eigentlich, wie gesagt, äh, wegen der halt wegen der Portale mal. Weil wir haben echt viele Portale. Na. Das war falsch. Nein, ich wollte doch nicht noch einen Bogen bauen. Ja gut. So viel dazu. Ich habe einen Ersatzbogen. Wie schön. Meine Base sieht auch aus wie Kraut und Rüben. Ich glaube, es ist ein Standard war. Äh. Ich traue dir. Ja gut. Malten noch einen Ersatzbogen. Was soll's. Wollen wir erstmal weg? Den Ersatzbogen. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Man weiß ja nie, wozu man's braucht. Und der ist ja auch schön. Habt man sich mal gönnen, ne? So. Das ist relativ spät schon. Also einmal ne Runde Pin. Man müsste in Wahrheimen recyceln. Nach Recycling machen. Sprich, den Bogen wieder in seine Bestandteile zu zerteilen. Schön wär's ja. Das Einzige, was du machen kannst, ist es halt zerstören. Ist okay. Wie gesagt. Man muss halt dann wirklich genau aufpassen, was man tut. Hat ja auch was für sich. Ich glaube, ich lasse die Steine und dann hast du hier. Ich denke nicht, dass wir die Steine noch brauchen werden. Ich wüsste jedenfalls nicht, wofür. Außer, um sie gegen irgendwelche Golems zu werfen, denen man eventuell begegnet. Das war halt auf Dauer auch blöd. Ich packe mir mal noch ein bisschen was zu essen ein. Nur für alle Fälle. Äh, das macht. Mhm. Bist du? So. Das soll dein Essen reichen. Los, auf geht's. Gucken wir doch mal, was wir, was uns jetzt noch alles erwartet. Halt. Das ist die Bergbase. Ich will zu Drachi. Drachi. Das ist ein neues System. Achte, meine Güte. So. Untersuchen wir doch mal dieses wunderschöne Gebirge. Mal gucken, was wir so finden. Und ich bin froh, dass ich nicht mehr an irgendwelche Frosttränke damit denken muss. Alter, das ist ein Berg, ey. Also das ist ein echtes Gebirge hier. Würde es denn etwas von dem jetzigen Spoilern? So, mal gucke. Hier ist jede Menge Obsidian. Da ist was rotes. Da ist ein Drachi. Was bist du? Überlieferung zum Drachen-Kompagnum. Yay! Hey! Mäh! Da drüben ist was. Jetzt habe ich gar nicht lesen können, was da eigentlich draufstand auf diesem Blumenstein. So. Von dem jetzigen nicht. Von dem jetzigen ist es kein Spoiler, dann kannst du es gerne erzählen. So, was steht da? Mögest du, der du diese Zeilen liest, dich vor den Frostwürmen in Acht nehmen, einigen der ältesten Wesen, die dem Körper ihm jetzt entsprangen. Die am weitesten verbreitete Würmform ist die des Drachen, bei denen sich das kleinere Männchen um den Nachwuchs kümmert. Sehr häufig kann man sie bei ihren felsigen Nestern ausfindig machen, wo sie ihre Eier bewachen. Demgegenüber sind die Weibchen wesentlich größer und wesentlich seltener anzutreffen. Doch wenn man sie reizt, sieht man sich einem bösartigen Feind gegenüber. Ach, dann sind das da die Männchen. I see, I see. I see, I see. One hit. Er fliegt, er fliegt, er Clue. Dann ist das ein Nest. Zu erkennen an dem Ei. Hallo, Ei. Das hat dem anderen Männchen aber gar nicht gefallen, ne? Oh. Ei. So, wir haben ein Ei. Ei, Ei, Ei. Blättern, wenn man nochmal auf den Berg auf. Das ist ein Wolf. Wolf ist auch okay, ne, mich. Die sind nicht cool hier. Ayo, Wölfchen. Komm mal hier. Lass dich mal knuddeln. Ayo. Awww. Oh, da ist eine Hütte. Da ist noch was. Hier ist sehr viel. Aber wo war jetzt unsere Base? Ich hätte die auch mal markieren sollen. Ich muss echt wieder mehr mit der Karte arbeiten. Hier ist auch noch eine Höhe. Hi. Bei dem Blockieren macht gar keinen Sinn. Der haut trotzdem durch. Sehr gut. Ein bisschen aus Stein. Da ist ein Stuhl. Uh. Und ein bisschen Zeug. Oh. Uhu. So sieht das also aus bei der Drachenmutter. Alles klar. Wie viele Eier braucht es da? Eins wahrscheinlich. Will ich mich mit hier schon anlegen? Eigentlich nicht. Oh, guck mal. Irgendwie hat die schon gespawnt. Na sowas. Bosskampf. Der war leicht. Nein, Quatsch. Okay. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Oh, no. Ah. Hey, du Lump. Komm her. So klappt das nicht mit dem Kampf, hä? Ach, der macht hier gerade den Wolf plack. Ja, ich mag auch immer nicht, wenn man gestört wird. Das verstehe ich dann auch. Die Frage ist... Was mache ich mit dem jetzt? Ja. Auf ihn drauf springen war da was, ne? Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Hey, nicht abhauen. Hey, du Lump. Du sollst doch nicht abhauen. Baut ja ab. Aua. Oh, das ist noch ein... Ach nee, das ist unseres. Ach, das ist unseres. Alles klar. Wo soll er denn jetzt? Hallo? Wie, der Warden hat sich einfach wieder eingegraben? Oder hat er sich einfach... Ach so, der hat sich einfach nur einen neuen Gegner gesucht. Boom. Sehr gut. Automatisch einsortieren, beibringt für faul, wenn man nämlich fragt, ist es unnötig. Ja, das stimmt. Fisch ist in der Tat nicht zwingend wichtig. Okay, der Golem hat sich sowas verzoppelt. Und hier braucht es drei Eier. Opfer, Alter. Okay. Kann ja sich nur um Stunden handeln, dass man hier alle gefunden hat. So, One-Hit. Da drin ist noch ein Ei. Alles klar. Ja, du hast die Wölfe gehört, nee. Wir halten. Ich hab's doch nicht. Nicht besonders gut, jedenfalls. Danke. Hups, Alter. Ah, nicht runterfallen. Nicht runterkullen. Okay. Also da drüben ist noch ein Ei. Hier ist noch ein Ei. Oh. Ja, gut. Ich werd gejagt. Oh, oh. Ich werd gejagt. Ich werd... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Da sind Wölfe. Okay. Wie mach ich das jetzt? Verdammt. Nope, nope, nope. Nope, 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 nope. Meine... Gut. Ich kann... Das Fleisch nicht unbedingt, aber die Fälle kann ich gebrauchen, ne? Ah, hier lag noch was. Äh, die Frage ist nur, was macht... Wie verteile ich mich jetzt am besten? Wow. 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 Einfach nur wow. Noch mehr. Ich mein, danke, dass ich an euch üben darf. Warte mal, ich leg mal kurz das Ei weg. Ähm. Ah, noch mehr. Und ich bin tot. Ah. Das war meine allererste Jagd. Ja, das letzte Mal haben wir uns, äh, als wir das letzte Mal eine hatten, und das war, glaube ich, letzte Woche, da haben wir uns alle schön verschanzt. Wo mich jetzt allerdings die Frage, äh, 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 interessiert, ist die Jagd noch aktiv? Ähm. Ähm. Oh, also... Hat nicht ausreicht, weiß ich auch nicht. Heilung, Heilung, Heilung. Schau, die große Garte. Okay, warte. Sieht nicht so aus. Ähm. Soomen wir mal ran. Ja, sonst nix. Ausruhen, ausruhen, ausruhen. In die Richtung muss ich, okay. Fingen wir hin. Fingen wir hin. Hoffentlich ohne Wölfe. Oder irgendwelche anderen Zwischenfälle, weil ich bin grad nackt. Ich hab grad... Gut. Gut, 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 gut. Nix passiert, alles da. Ich kann mein Zeug holen. Ist das schön. Ich kann ohne Probleme mein Zeug holen. Anziehen, 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 anziehen. Ganz, 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 ganz schnell. Schnell, 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 schnell. Ich fühle mich stärker. Okay. Ich leb noch. Also ich hab mein Zeug wieder. Nice. Wieder nackt durch Warheim. Kommt ja richtig. Hallo, Daim. Ja, ich bin gerade von einem Rudelwölf überrascht worden. Und äh... Ja. Aber ansonsten ist alles gut. Wir leben noch. Wir haben mittlerweile schon zwei Eier in dem Altar. Das dritte weiß ich noch nicht, ob ich das heute schon mache. Ich weiß nicht, ob ich gut vorbereitet bin. Da unten sind noch ein paar Wölfchen. Mit euch beiden lege ich mich locker an. Ich meine, ich hab echt gut durchgehalten gegen die Wölfe. Muss man schon sagen. Oh. Okay, ich hab jetzt Wunder gedacht, was hier ist. Aber pf. Hi. Hast du da oben irgendeine Truhe? Die ich mir mal eben angucken kann. Ja, hast du. Nice. Nehme ich gerne. Äh, warte. Die kannst du behalten. Dat nehm ich mit. Die kannst du behalten. Dat nehm ich mit. So. Halb so wild. Hi. Hi. Nein, tust du nicht. Noch mehr rufen. Soweit kommt's noch. Oh. Äh. Äh, äh, was werfe ich weg? Bin immer so gegen Sachen wegwerfen. Hm. Im Zweifel, nix. Bring mir erst mal Zeug weg. Apropos Zeug weg. So. So. Auf jeden Fall ein schönes Gebirge. Gefällt mir sehr hier. Da ist noch ein Wölfchen. Ich hab grad'n Postpfeil benutzt. Stimmt's? Stimmt. Und der Kno... Der Haufen da, der sieht mir doch sehr verdächtig aus. Wolfs Zahn. Ne, warum... Ah! Wusste ich! Wusste ich! Wusste ich, dass du das bist. Au! Komm mal mit, ich will mal auf dich drauf. Ja, noch keine Ausdauer. Komm mal her, Digga. Wir haben ja alles. Wir haben ja alles. Wir haben ja alles. Da lag noch was in der Truhe. Ja, ich weiß, aber das ist nicht so wichtig. Das ist eigentlich auch eine geile Idee. Einfach von unten angreifen. Warte, ich hab mir mal ein Loch. Okay, das funktioniert hier nicht. Oh, nicht immer ab, Mann. Warte, Lumpensau. Au. Also, springen ist bei dem keine, Bulli. Außer da vielleicht. Hehehehehe. Ja, das darfst du machen, das ist mir egal. So. So. Ich halte ihn jetzt einfach nur auf Abstand, um ein bisschen zu heilen. Ich hab keine Ausdauer mehr. Kommt er hier drauf? Ja. Keine Rundumschlag, macht mir keine Angst. Das schon. Die Tiers, die. Ach, alles gut. Noch hat er mich nicht besiegt. Da waren die, die Wölfe vorhin schlimmer. Aber der haut schon ganz schön zu. Aber. Aber ich kann ja jetzt auch gleich wieder einen Heiltrank benutzen. Also, alles gut. Wir schaffen den. Wir schaffen den. Dann lassen wir uns nicht beirren. Gucke, sieht doch gut aus. Dann ist das mal gut. Ich weiß nicht. Wir machen das mal. Ich kann das mal gutauchen. Das ist ein bisschen zu teilen. Vielen Dank.